Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zur neuesten Folge von The Witcher und unser Ziel ist erstmal unsere Sachen, oh ich vergesse mal wie ich laufen muss, zu holen, genau das ist unser erstes Ziel, vielleicht bis zum Abend irgendwo mal rumhängen, ja nach Kleidern Ausschau halten um ein bisschen rum zu poppen, ja gut der Geralt der hat glaube ich schon eine Entzugserscheinung der braucht es mal wieder, ich schwöre es, hier ist also die Stadtwache, da ist der gute Vincent Mais, kann er noch was sagen? Was? Ne, scheinbar nicht, danke, so wer ist das, das ist einfach nur, ja jemand der nach Hause will, oh, ich wusste dass wir einen Hexer brauchen, um die Bestie in den Kloaken zu beseitigen, ja, aber den Schlechter von Blaviken, wo liegt das Problem, genau, ich weiß wer ihr seid, die Stadtwache behält euch im Auge, ich will nichts davon hören, dass in dieser Stadt Menschen ermordet werden, ihr wäret sicher nicht der Erste, der davon erfährt, wie witzig, was wollt ihr, ja, gibt es hier was interessantes, Geschäfte, Tavernen, es gibt eine Taverne, drei Stadttore, einen Markt, ein Krankenhaus und viele dunkle Gassen, die ihr besser meidet, oh, sehr freundlich, da war ich doch schon, der haarige Bär ist eine Absteige mit zwielichtiger Klientel, bringt lieber aus einem Pferdetrog, nett, erzählt mir von den Toren, eines führt zum Deich, ein anderes zur Burg und das dritte zum Kaufmannsviertel, wo finde ich sie, das Kaufmanns- und das Burgtor könnt ihr ohne Passierschein nicht benutzen, der König hat eine Quarantäne verhängt, okay, wo finde ich die Kaufleute, die sind beim Burgtor, wie ist das hiesige Krankenhaus, es stinkt nach der Pest, dort behandeln sie die Kranken und verbrennen die Fetzen, die sie benutzen, jeder der uns dumm kommt, wird dort stationiert, oh, ich muss gehen, wir sprechen uns noch, das ist sehr freundlich, aber bestimmt effektiv, sucht ihr was, oh, ein Zwilling, ich habe Leute mit Salamander-Abzeichen, und er sagt dasselbe, verschwindet, Hexer, aber wir dürfen nicht mehr miteinander reden, Befehl des Hauptmanns, okay, äh, nein, schauen wir nicht mehr, Händler-Viertel-Tor, okay, hier würde das Händler-Viertel-Tor, da gehen wir gleich hin, aber erstmal will ich noch mein Zeugs holen und die Werbung vielleicht angucken, ich habe manche Werbung übersehen, sehr schade, oder? Waffenschmied, diese Woche im Angebot beim Kauf eines Grundschilds gibt es einen Topf gratis dazu, das braucht man unbedingt, wenn man nämlich sowas kaufen will, ja, braucht man unbedingt einen Topf, oh, das bewegt sie alle zum Einkaufen, aber ich hoffe jetzt nicht, dass mein Zeugs weg ist, sonst knallt es hier, ja, okay, Höllenhundeseele, haben wir bereits gelesen, egal, das wir hier auch haben, das ist alles meins hier, haben wir doch schon, also das brauche ich ja nicht mehr, auch so ein roter, ne, auch mit, ja, dann hatten wir ja alles, hallo ihr, Gefängnisfärter, ich denke mal nicht, dass er noch was Neues sagt, oder? Äh, ne, okay, und ich will ihm nicht nochmal Fistech geben, will er nicht hier dafür verantwortlich sein, dass er sich hier die Nase zu, ja, soll er sich lieber irgendwo anders drauf strechen, Ja, okay, ja, die wissen schon wieso, hä, hä, naja, sind auch nur menschliche Lebewesen, das ist doch ganz verständlich, den Weibern hinterher zu gucken, wahrscheinlich, was, ich kann da nicht hin, was ist ja gemein, doch das sei das Hitlerviertel, Okay, was wollten wir eigentlich noch machen, gute Frage, äh, Jondel, 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 ja, gehen wir auf Quests, Füffelpoker, jetzt ist Zeit gegen andere Profis zu spielen, doch, äh, Charaktere, wie war die, ach so, Okay, die muss ich jetzt alle durchlesen, oder was? Wesemir, Wesner, Vincent, Zoltan, Wesemir, Wesemir, Wesemir ist der älteste und erfahrene Hexer, wahrscheinlich älter als Kermohan selbst, er fragt jeden Winter in der Festung und bricht im Frühling wie alle anderen auf, um durch die Welt zu ziehen, Wesemir ist trotz seines so ein Alters rüstig und voller Leben, viele Jüngere könnten ihn und seine Gesundheit beneiden, Er ist ein ausgezeichnender Fechter und hat mich im Schwertkampf ausgebildet, er hat zahlreiche Hexer erzogen mich eingeschlossen, seine Schüler behandelt ihn wie ein Ziehvater, Leo war vermutlich der letzte Schüler seit den Hexers, der totes jungen Mann ist, hat ihn tief erschüttert, er gehörte zu den wenigen, die den Angriff auf Kermohan überlebten, der hasst ja viele Leute, Hexer empfinden es ihm bestens bewusst, okay, Miku, Professor, Prostituierte, ja, blablabla, haben wir jetzt nichts Neues erfahren, bei welchen, Vivaldi, ja, habe ich Vivaldi noch nicht kennengelernt, oder wieso, hier steht nicht zu beiden, Vivaldi, würde gerne ihn hier vorfinden, aber, haben wir leider, na, nicht, entweder nicht gesehen, oder, hier habe ich da irgendwas mal markiert, achso, ihn sein Haus, das Problem ist, ich kann mich leider nicht so gut besaufen, wie er, was sehr schade ist, erst mir Haus zu überlegen, aber, aber, das können wir bestimmt ändern, wir müssen nur skillen, aufsaufen, ja, das können wir, wir können uns richtig hier, die Hucke voll saufen, und laufen lassen, und so, und dann, wenn wir, richtig schade abgelocken, aber, was wir auch noch machen könnten, wir, nein, kein Penner, äh, ich meine, Bettler irgendwas geben, die sind doof, auch keine, nur Maschinen, äh, Schurke, hier sucht was zu schnüpfen, er sucht das Gasthaus, okay, hier ging's hin, nein, ins Gasthaus, ja, man, soll ich dafür fünf schlafen, äh, ja, egal, wo ist Vivaldi, Soltan wird nichts sagen, oder, wir haben doch Neues über ihn erfahren, oh ja, sicherlich, wie habt ihr es geschafft, reinzukommen, garstige Anderlinge schaffen es, immer in die Häuser der Menschen zu schleichen, haben wir noch nicht mit ihm geredet, da ist was dran, hört zu, Soltan, ich muss mit euch reden, ja, äh, äh, wer ist die Reste, der ist die reichte Person in Visimas Tempelbezirk, früher hätte ich gesagt, Vivaldi, aber jetzt ist der Clan Leuwarden, euer Mann, der Kerl scheißt Gold, wow, wunderschönes Bild, danke, ja, ich habe bereits ein paar Pokerrunden gewonnen, oh ja, herzlichen Glückwunsch, ihr seid keine Jungfrau mehr, jetzt könnt ihr richtig spielen, vielen Dank, so finde ich diese berühmten Pokerspieler in Visima, wo ihr alles andere illegale findet, in der Nähe des haarigen Bären, das könnte interessant werden, seid nicht überrascht, wenn jemand nicht mit euch spielen will, echte Meister ihres Fachs, geben sich nur mit Profis ab, und ein Profi ist, einer, der mindestens vier Profispiele gewonnen hat, gelingt euch das, seid ihr an jedem Spieltisch willkommen, okay, ich muss vier Profis besiegen, kein Problem, genau, okay, okay, wartet, oh, ich muss wussten, wartet, Mann, ja, oh ja, dann hat Vivaldi doch gelogen, wie geht es euch denn so, habt ihr je ans Heiraten gedacht, Geralt, nö, mein Beruf ist einer Ehe nicht gerade zuträglich, ja, Unfruchtbarkeit, hohes Risiko, ständig unterwegs, es gibt nicht viele Frauen, die damit einverstanden werden, ja, wisst ihr, ich hab da so meine Zweifel, fahrt fort, ich hab sie einige Zeit nicht mehr gesehen, und werde ein wenig eifersüchtig, Zwerginnen sind so begehren, noch nie eine gesehen, tut mir leid, ich schlage vor, wir gehen ein Heben, und wenn das nicht hilft, macht ihr euch über mich lustig, das würde ich mir nie erlauben, über so etwas macht man keine Witze, ich hoffe, du hast keinen Dreck am Stecken, habt ihr einen Moment Zeit, was liegt euch auf dem Herzen, Ich warne euch, es geht um philosophische Fragen, der Sinn des Lebens, wie? Das Böse, das Hexerbekämpfen, entspringt dem Chaos, den Taten, die der Störung der Ordnung dienen, denn wo sich das Böse ausbreitet, kann keine Ordnung etabliert werden, statt dem Licht der Weisheit, dem Fünkchen der Hoffnung, und leuchtender Wärme, herrscht Dunkelheit vor, und in der Dunkelheit, findet man nur Blut, Fangzähne, Klauen, wie im Umland, schön ausgedrückt, aber wie die junge Zerro, in der Hochzeitsnacht, zu König Friedanck sagte, hat es auch einen praktischen Nutzen? Das Recht der Hexer, in dieser Welt, zu leben und zu arbeiten, ist aus dem Gleichgewicht geraten, da der Kampf zwischen Gut und Böse, jetzt auf einem anderen Schlachtfeld, und mit anderen Regeln ausgefochten wird, das Böse ist nicht mehr chaotisch, das Böse ist keine blinde, elementare Macht mehr, sondern befolgt Regeln, im Einklang mit den Rechten, die ihm gewährt wurden. Das ist natürlich schwierig. Das funktioniert gemäß Abmachungen. Ja, schwierig, Alter. Das nennt man Fortschritt. Oh, wirklich. Da wir mehr sind und länger leben, können wir einander zu Tausenden abschlachten. Ja, voll gut, oder? Der Fortschritt ist wie eine Herde Schweine. Sie bringt viele Vorteile mit sich, aber niemand darf sich wundern, dass alles voller Scheiße ist. Schön ausgedrückt. Scheiße hin oder her. Hexer existieren, um Ungeheuer zu töten. Oh ja. Wie kann ich das, wenn die echten Ungeheuer sich hinter Idealen, dem Glauben oder dem Gesetz verschanzen? Gute Frage. Das größte Übel ist moralische Relativität. Sie fordert mehr Opfer als die Katriona-Pest und alle Drachen zusammen. Hexer wird man immer brauchen, ganz gleich, wohin uns diese Schweinebande auch führen mag. Wie schon der alte König Desmoth sagte, als er nach Benutzung in seinen Nachttopf blickte, das rationale Bewusstsein kann das niemals wirklich erfassen. Wie geil. Hm. Ich bin mir da nicht so sicher. Oh ja. Ich will euch was erzählen, Hexer. Einst führten wir eine Gruppe Frauen und Kinder durch ein vom Krieg gebeuteltes Land. Sie hielten uns auf. Wir mussten sie ernähren, beschützen und uns in die Büsche schlagen, statt einfach am Straßenrand zu pissen. Kurzum, sie waren eine Last für uns und undankbar obendrein. Wisst ihr, warum wir ihnen geholfen haben? Nein. Weil es eben richtig war. Hm. Das ist doch bedeutungslos. Genau. Macht mich nicht wütend. Mir rutscht gleich die Hand aus, wenn ich auf der Kappen bin. Das war das Gute, von dem ihr hier gesprochen habt. Wenn ihr das Wort eines Gelehrten wollt, dann lest Visogott von Corvo. Hast du das? Schon gut. Ja. Ich verstehe. Danke. Glaube ich. Können wir noch mal? Ich warne der Sinn das Böse. Schön auf das Recht. Das nennt man Fortsch. Scheiß. Okay. Danke, Sultan. Ja. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Na gut. Die Papiere sind ein Vermögen. Das ist ich wie Waldieter. Ne, Mundruf war da. Will er jetzt über reden? Wie geht's? Oh, wir haben schon mit ihm geredet, stimmt. Wir sehen uns später. Tut mir leid, wir sehen uns ja irgendwann mal. Schlag mich nicht, ihr Memmen. Schurken, Spieler. Den haben wir auch schon gewonnen, oder? Ja. Warum fragt ihr? Ich hab keine Zeit für Schwätzchen. Nimm's mir nicht übel. Woher habt ihr das Schwert? Ich hab es gewonnen von einem Gärtner. Wow. Im Garten von Majorans Krankenhaus. Okay, den kenn ich. Also sag ich ihm, die Papiere sind ein Vermögen wert. Und? Was sagt ihr? Da ist die Kellnerin. Jaja. Die will wirklich nicht mit uns shakern. Habt ihr euch in... Ja, auf bald. Äh, ich meinte nein, das hab ich nicht gesagt. Haha. Ich doch nicht. So, wir gehen jetzt also zum Gärtner. Der hat hier schon mal was zu verheimlichen. Mein Wort hat immerhin das Schwert her. Ja. Das. Das. Ist nicht gut. Hallo, arme Frau. Wo ist mein Kind? Vor soll ich das wissen? Alles ist das. Siehst du dir davon gerannt, das Kind. Weil du hier wahrscheinlich auf die Nerven gings. Du arme Frau. Ein bisschen wo der Herr. Ah, das ist der arme Junge. Oh Gott. Der verfolgt mich wieder. Ich muss rennen. Oh Gott. Wo ist der Garten? Hier, irgendwo, glaube ich. Jetzt regnet es auch doch. Oh ja, es regnet. Das hast du schön erkannt. Ich bin müde. Wo ist der Gärtner? Da ist er. Der Gärtner war es, wie immer, oder? Ja, da. Hallo. Seht nur, wie sie wachsen. Du ehemaliger Soldner. Silberne Schwerter interessieren mich mehr. Oh ja. Ah, ich wusste, dass einmal einer von euch kommen würde. Ah, du versteckst sein Gesicht auch noch. Wer hat es beim Würfelspiel verloren? Ich war ganz sicher, dass ich gewinnen würde. Hütet euch vor dem Trixer. Er spielt gut. Wirklich. Woher habt ihr dieses Schwert? Ja. Vor fünf Jahren fand bei Brenner eine Schlacht statt. Als ich der Staub legte, hatten unsere Männer die Nilfgaarder bezwungen. Seit jenem Tag bezeichnen wir uns nicht mehr als kaiserliche Provinz. Wirklich. Ihr habt dieses Schwert in der Schlacht erobert? Ja. Es gehörte dem Hexer Köln. Ein Prachtkerl von einer seltenen Art. Allerdings nicht sehr gesprächig. Wie die meisten von uns. Ich gab ihm mein Wort, dass das Schwert den Weg zu einem anderen Hexer finden würde. Als er im Sterben lag, murmelte er etwas von Zähnen und Schicksal. Dann lachte er im Angesicht des eigenen Todes. Und ihr habt es im Spiel verloren. Ich hielt es fünf Jahre lang versteckt. Die Hoffnung, dass ich je einem anderen Hexer begegnen würde, hatte ich dann aufgegeben. Fräulein Scharni kannte Köln ebenfalls. Sie arbeitet im Krankenhaus. Danke für eure Hilfe. Okay. Viel Glück auf euren Wegen. Danke. Adieu. Adieu. Göttner. Ich werde dich im Auge behalten. Zwei Augen. Ja, denn ich habe genauso viele. Zwei Augen. Fragen wir doch die süße Scharni mal. Was sie weiß über Köln? Scharni. Was sie nicht irgendwo? Scharni. Da ist sie ja. Hallo Scharni. Schnell. Ich kann sie nicht fragen. Schade. Dann vielleicht ein andermal. Weißt du, was das bedeutet? Was war ich mit der Novizin? Hallo. Ich hoffe, dass du in dem Hinweis steht, aber lest selbst. Drei Gesichter. Ja, das entspricht Melitele. Seht dort die Statue mit den drei Gesichtern der Göttin. Und das Opfer? Ja. Die sind in der Natur geerntet worden. Früchte, Pflanzen, Blumen. Melitele missfällt es, wenn in ihrem Namen getötet wird. Okay, es tut mir leid. Ich war gerade etwas abgelenkt. Ich suche. Es ist in den drei Gesichtern. Ja. Das entspricht Melitele. Und das Opfer? Nur Dinge, die in der Natur geerntet wurden. Okay. Das heißt, ich könnte Blübchen und so Opfer für sie. Oder haben wir beide? Aha. Bleiben nur noch fünf. Okay, da war eins dieser sehr viel Dinger. Achso, ja. Das habe ich auch gar zwei gegessen. Hä, welch Zufall, dass ich das jetzt bekommen habe. Aber raten quasi. Oh, Junge. Oh, shit. Was sagt man da ja? Oh, shit. Okay, was machen wir jetzt? Da steht da Pechschwarz. Oh, wartet. Was steht da? Annie? Annie? Bist du da? Wie seltsam. Annie? Verflucht. Wer ist Pechschwarz? Das hat wahrscheinlich Pechschwarz hier. Ach, er, den kennen wir doch schon. Shit. Nein. Ich mag den nicht. Gehen wir mal zum Detektiv kurz. Vielleicht kann er mir ja weiterhelfen. Weil der Detektiv ist ja ein ganz Gerissener. So. Der hat uns ja schon mal geholfen, ja. Und er ist eine wichtige Person. Hallo. Ich bin... Sie haben den Gefangenen ins Krankenhaus verlegt. Aber abends werde ich hingehen. So besser. Da werden weniger Wachen sein. Bewachen werden sie ihn trotzdem. Ihr könntet in der Nacht mit ihnen reden. Ohne Zeugen. Weiß ich schon. Danke. Weiß ich doch schon, Mann. Oh, das wollte ich nicht von dir wissen, ey. Kann ich dich wieder mal ansprechen hier, Mann? Was sollte... Sprachgedrint sind Mais, dem Hauptmann der Stadtwache, und verhört den Zeugen. Ah. Ne, ne, ist... In Ordnung. Okay. Also mit dem kann ich nicht mehr... Kann ich nicht am Feuer sitzen, ey. Ah, du Mist... Hab ich ja was vergessen? Ah, nur sowas. Okay, Leute. Das machen wir noch kurz, oder? Ne, ne. Also ich würde sagen, ich gehe jetzt schlafen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei Switcher. Wenn ja, ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und auch sehr besonders über Kommentare. Und ich sage dann mal, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.